Herzlich willkommen zum Kandidatencheck. Ich beginne direkt mit der ersten Frage. Warum sind Sie die richtige Wahl als Landrat? Hallo, vielen Dank für die Einladung. Warum bin ich die richtige Wahl für den Landrat? Als Betriebsratsvorsitzender, als Gewerkschafter, als ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht Leipzig und beim Sozialgericht in Leipzig bin ich bereits seit fast 20 Jahren ehrenamtlich aktiv und setze mich für andere Menschen ein. Dadurch konnte ich viel Erfahrung sammeln und weiß, wie das Zusammenleben gestaltet werden muss, damit alle Menschen in unserem Landkreis gut und gerne hier leben können und hier leben wollen. Kommen wir zur nächsten Frage. Was zeichnet unseren Landkreis aus und welche Themen sollten wir wieder mehr in den Fokus rücken? Diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, da der Landkreis sehr vielfältig ist. Im Südraum ist der Strukturwandel das dringendste Problem aus meiner Sicht. Dennoch verfügt diese Region und der Norden des Muldentals über eine sehr starke industrielle Infrastruktur, die weiter gefördert werden muss. Währenddessen der Süden des Muldentals und das Korener Land sehr viel Potenzial im Tourismus bietet, welches unbedingt weiterentwickelt werden muss. Im Prinzip muss man für die gesamte Bandbreite individuelle Lösungen finden. Frage Nummer drei. Der Landkreis im Strukturwandel. Wo sehen Sie hier Ihre Rolle und wie wird sich der Landkreis mit Ihnen als Landrat entwickeln? Da man als Landrat direktes Stimmrecht im Regionalen Begleitausschuss zur Verteilung der Strukturwandelmittel hat, würde ich mich natürlich weiter dafür einsetzen, Mittel für die Region zu generieren, welche die Ansiedlung spezialisierter, gut bezahlter Arbeitsplätze fördert. Ein Mitarbeiter in der Kohle kann man nicht in andere Branchen wie in die Tourismusbranche schicken, in welchen das Lohnniveau deutlich geringer ist. Sondern hier müssen unbedingt hochspezialisierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Bisher wird dieses Potenzial aus meiner Sicht nicht völlig ausgeschöpft. Vernetzung im Landkreis. Was umfasst das für Sie und wie kann es weiterentwickelt werden? Als Landrat wäre es mir sehr wichtig, nah an der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger zu sein. Daher sehe ich mich als Ansprechpartner und Dienstleister für jeden Bürger und jede Bürgerin im Landkreis und will für alle Initiativen, Vereine und Interessenverbände ein offenes Ohr haben. In welche Richtung hat sich der Landkreis zum Ende der kommenden Amtsperiode mit Ihnen als Landrat entwickelt? Eine sehr gute Frage. Wir haben den Strukturwandel durch eine intelligente Verwendung der Strukturwandelgelder sehr gut abfedern können, wodurch wir viele Fachkräfte mit ihren Familien in der Region halten konnten. Die Wirtschaft wächst weiter, weswegen auch die Bevölkerungszahl des Landkreises weiter wächst. Das Zusammenleben bleibt harmonisch, da die Kommunen mit genügend Mitteln ausgestattet werden, um die entsprechende soziale Infrastruktur zu entwickeln und vorzubehalten. Wir haben ein ausgebautes Radwegenetz. Der ÖPNV ist ausgebaut und gut aufgestellt. Und die Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis ist in allen Bereichen, zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegediensten, gesichert. Außerdem haben wir ausreichend wohnortnahe Kitas und Schulen für unsere Kinder. Wir haben ein vielfältiges Vereins- und Kulturleben. Wir haben eine Energiewende erfolgreich durchgeführt. Und da ist die Minute vorbei. Okay. Kommen wir zum zweiten Teil. Ich beginne einige Sätze, die Sie bitte beenden. Am Landkreis Leipzig fasziniert mich. Mich fasziniert am Landkreis Leipzig die vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger, die in vielen Vereinen, egal ob Sport- oder Kulturverein, für unsere Kinder da sind. Und die wunderschöne Natur. Der Landkreis als Wirtschaftsstandort. Muss ausgebaut werden. Die Altersstruktur im Landkreis. Ist durchwachsen. Jugendbeteiligung kann mehr gefördert werden durch Jugendmitbestimmung. Bildung. Sehr wichtiges Thema. Und ich hatte es gerade schon gesagt, Kinder sind unser wichtigstes Gut. Und für die müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht. Gesundheit. Auch ein sehr wichtiges Thema. Liegt mir besonders am Herzen. Und ich werde alles dafür tun, dass die Kinderstation in Wurzen bleibt. Kultur. Kultur muss gefördert werden. Alternative Energien. Dort möchte ich gerne, dass der Landkreis Leipzig bei grünem Wasserstoff mit vorne dabei ist. Folgende drei Eigenschaften kennzeichnen meinen Führungsstil. Die Arbeit der Landkreisverwaltung in den letzten Jahren? So wie ich gehört habe, ist die ausbaufähig. Und für mich steht eine moderne Verwaltung im Vordergrund, wo die Mitarbeiter auch gerne arbeiten. Den vielfältigen Bedarfen im Landkreis in seiner Gesamtgröße werde ich gerecht durch? Bürgernahe Entscheidungen. Letzter Satz. Nach der Wahl am 12. Juni? Bin ich hoffentlich Landrat. Vielen Dank. Danke auch.